und es für mich gefährlich sein könnte. Ich bin damals nach Deutschland gekommen, um hier als Frau meine Menschenrechte wahrnehmen zu können. Und ich stelle fest, das geht hier auch nicht mehr, weil Deutschland auch die Täter willkommen heißt. Und ich werde auf Deutschlands Bahnhöfen von den Islamisten angesprochen und gewarnt. Und es gibt einen Polizisten, der mir das auch letztens gesagt hat, das machen die, um ihnen zu sagen, dass sie ganz nah kommen können, wenn sie wollen. Und wir kriegen tatsächlich auch Todesdrohungen. Also eine der Drohungen, die letztens gekommen ist, war, achte auf deinen Kopf und schau, dass dein Haus unter Polizeischutz gestellt ist. Das war jetzt nicht nur an mich alleine, sondern an unseren Leuten, die mitarbeiten an der Aufklärung über den Islam. Und das ist die Realität in Deutschland. Und ich glaube, die Meinungsfreiheit ist deswegen auch faktisch nicht mehr gewährleistet. Also das heißt, Sie haben das Gefühl, auch gerade vor dem Hintergrund dessen, was auch passiert, wir importieren uns da durchaus auch ein Problem? Das Problem ist, dass wir mit dem antidemokratischen Islamismus eine rassistische und sexistische Ideologie herholen und hier behalten. Und damit vermehren wir die Gegner unserer demokratischen Gesellschaft und wundern uns dann, warum Köln und warum Paris passieren konnte. Da an der Stelle möchte ich schon widersprechen. Genau, das wäre meine nächste Frage an Sie gewesen. Dass Sie hier reden können, frei reden können, spricht ja gegen das, was Sie gerade eben gesagt haben. Ich kann hier nicht frei sprechen, weil ich hier mit einem Personenschützer da bin. Sie können hier doch sagen, was Sie wollen. Ich kann Ihnen doch niemand verbieten. Hier bin ich da mit einem bewaffneten Personenschützer. Ich kann mich nicht mehr frei auf Deutschlands Straßen bewegen. Ich lebe unter einem Opferschutzprogramm. Und ich bin immer wieder darüber erstaunt, mit was meiner Leidenschaft die Islamisten verteidigt werden. Und so viel Einsatz... Ich verteidige um Gottes Willen nicht die Islamisten. Nein, so viel Einsatz bekomme ich für die Opfer nicht. Nein, das ist eine Unterstellung, dass ich die Islamisten verteidige. Da geht jetzt gerade auch die Begrifflichkeiten so ein bisschen durcheinander. Islam ist ja nicht Islamismus. Also das muss man klar und sauber trennen. Sie reden vom... Es gibt den Islam nicht. Genau. Es gibt unheimlich verschiedene Strömungen im Islam. Und es gibt ganz gefährlichen Islam. Und es gibt friedfertigen Islam. Zum Beispiel in Indonesien. Dort funktioniert Demokratie. Das ist das größte islamische Land der Welt. Da funktioniert es. Aber ich meine, das, was Sie erlebt haben, ist schrecklich. Aber man sollte daraus nicht den Schluss ziehen, dass nur noch die Täter hoffiert werden. Wir haben ein riesiges Problem. Das ist unbestritten. Und wir beginnen zu lernen, mit diesem Thema umzugehen. Denken Sie nur Köln. Aber diese jungen Leute in Köln, das sind Leute, die kommen aus einer Gesellschaft, wo die Polizei nicht sehr zurückhaltend ist. Die schlägt nicht zusammen. Aus Feierabend. In Algerien, Tunesien, Marokko. Ja, und die missverstehen einen freien Staat. Und die Polizei in einem freien Staat völlig. Und da muss die Polizei sich ändern. Sie muss ihre Strategie ändern, solchen Leuten gegenüber. Das ist völlig klar. Man kann die, sonst werden sie verarscht. Und die finden, das sind Weicheier, diese Polizisten. Und diese Probleme gibt es schon. Nur, dass der Eindruck entsteht, dass man sozusagen immer in Todesgefahr schwebt. Und das, finde ich, sollte in dieser Gesellschaft bei uns nicht so sein. Und wir sollten uns auch wehren gegen bestimmte Tendenzen, die es gibt. Erzählen Sie das unseren Opfern, die zu uns kommen, die genauso nicht frei leben können wie ich. Und erzählen Sie das den jungen Frauen, die sich bei uns in der Zuflucht finden, die bei uns in der Zuflucht sind und sich genauso wie ich nicht frei bewegen dürfen, weil sie ständig darauf achten müssen, wo könnte ein Verwandter von mir leben, der mir nach dem Leben trachtet. Das ist das Problem. Wenn man selber noch nicht mit der Scharia in Konflikt geraten ist, kann man das wunderbar so erzählen. Aber die Opfer... Das mit Ihrer Hochzeit hat ja gar nichts mit Scharia zu tun. Das sind merkwürdige Witten. Erzählen Sie das meinem Vater und überzeugen Sie ihn davon. Ja, das hat damit nichts zu tun. Das muss man ganz offen sagen. Ich meine, Scharia, das ist sozusagen ein Totschlagargument. Und wenn ich ein Buch mache wie Sie, wo drüber steht, Scharia in Deutschland, dann kriege ich Angst. Kopf ab, Hand ab, Vergewaltigung, Versteinigung und, 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 und. Das finde ich etwas zu einfach. Wir haben Riesenprobleme. Und wir sollten ja gerade eben... Mit was? Das sind alle. Bitte? In Bezug auf die Flüchtlinge. Weil ja die These im Raum stand, dass wir also einen Islamismus sozusagen hierher importieren, gutheißen, Opfer nicht sehen und Täter hofieren. Und das ist ja so nicht ganz richtig, weil die meisten Flüchtlinge, die kommen, sind ja nicht mit Ihnen verwandt. Nein, die meisten Flüchtlinge, die kommen, sind nicht mit mir bekannt. Das ist richtig so. Und ich bin auch dafür, dass man die Opfer hier wählt, aber ich bin dafür, dass man die Täter, zum Beispiel solche Leute wie die in Köln, die die Frauen vergewaltigt haben, wieder in die islamistischen Länder zurückschickt. Und ich bin der Meinung, dass jemand, der gewaltbereit ist in Deutschland und Gewalt lehrt, kein Asyl erhalten darf und schon gar nicht einen deutschen Pass. Das sind ja alle einig. Das ist ja unbestritten. Das stellt von niemand anderem Meinung. Das ist ja gut. Also wenn wir hier jetzt niemanden verstehen, nur noch mal. Aber es ist ja an einem Punkt, an einem Punkt, wenn man... Wenn die Finanzierung einfach sagen, Ihr Zwang zu heiraten hat nichts mit dem Koran zu tun, sondern das sind Sitten, die es in Ihrem Land gibt, die es im Nahen Osten häufig gibt und die schrecklich sind, gebe ich zu. Aber mit dem Koran selber hat es zunächst mal nichts zu tun. Okay, also da wieder... Das wollen wir mal festhalten. Nein, da muss ich Ihnen respektvoll widersprechen. Prophet Mohammed selbst hat Gewalt gelehrt und praktiziert. Gegen Frauen, gegen Andersgläubige, gegen Menschen wie mich. Er selbst hat die Todesstrafe für Apostaten gefordert. Gegen sexuelle Abweichungen und gegen Kritiker. Jetzt kommen wir an einen heiklen Punkt. Jetzt kommen wir an einen sehr heiklen Punkt. Ich bin kein Freund von Mohammed. Aber Sie sagen, die Diffamierung einer bestimmten Religion und eines Mannes, der seit langen Jahren tot ist, das finde ich nicht in Ordnung. Aber dieser Mann hat Gewalt gelehrt und praktiziert. Und er darf heute nicht mehr als Vorbild dienen. Und ich kann echt nicht verstehen, warum Sie nicht die Opfer verteidigen, sondern eine gewalttätige Ideologie. Das ist eine Unterstellung. Ich verteidige die Opfer. Ich finde das ganz schrecklich. Nur, ich habe da argumentiert, sind wir das Differenzieren. Bestimmte Dinge werden gleich unter Koran und Islam subsumiert. Wir drehen uns gerade ein bisschen im Kreis von außen betrachtet. Worüber wir reden, und da stimme ich Ihnen vollkommen zu, ist eine sehr einseitige, radikale Auslegung von Islam und Religion, sagen wir es vielleicht allgemeiner, die dann ja auch politisch missbraucht wird. Darüber reden wir. Und was mich interessieren würde, Herr Kienzle, und deswegen sitzen Sie ja heute auch hier, woher kommt das? Sie sagen ja selber, im Grunde war dieser Nahe Osten, als ich dort als junger Korrespondentin bin, das war ein anderer Nahe Osten als der, den wir heute kennen. Wann kippte das? Und wann gab es plötzlich diese Hinwendung zum Islamismus? Wann tauchten diese Strömungen in Teilen dieser Gesellschaft zum ersten Mal auf? Wenn man verstehen will, muss man ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Es gab 1967 eine grauenvolle Niederlage der arabischen Welt. Das kleine Israel hat die besiegt. Die Araber hatten alles ausprobiert, Nationalismus, Sozialismus, Liberalismus. Nichts hat funktioniert, um zu all der Größe zu kommen. Und da tauchten zum ersten Mal die Islamisten auf und sagten, der Islam ist die Lösung. Also in den 60er Jahren ist das passiert. Als ich im Beirut war, war das ein völlig freies Leben. Ich habe kaum Menschen verschleiert gesehen. Und das war eine völlig andere Welt. Und das hat sich tatsächlich gedreht. Und das ist eine Geschichte, die sehr gefährlich ist und wo wir im Westen wenig wissen, warum das so entstanden ist. Und dieses Entstehen, dieses Islamismus, das war ein Poet, ein ägyptischer Poet, ein sehr skurriler Mensch, der im Erziehungsministerium gearbeitet hat. Und der hat ein Stipendium gekriegt, Seid Kutb, der hat ein Stipendium nach Amerika bekommen. Und in Amerika fand er die westliche Welt dekutant und ganz furchtbar, kam zurück und wurde Moslembruder. Und von dem Augenblick an hat er sich nur noch mit dem Thema wirklich exzessiv beschäftigt. Und dieser Seid Kutb ist, wenn man so will, der Lenin, dieser Dschihadisten. Denn er hat eine Ideologie geprägt, die auch wenig mit dem Islam zu tun hat. Aber er benutzt natürlich den Islam, um eine Ideologie herzustellen. Und er hat seinen Lenin gut gelesen. So wie beim Lenin das Proletariat und die Kommunistische Partei sozusagen die Spitze des Proletariats ist, so sind die Dschihadisten, das ist eine These, die Avantgarde des Islam. Und alle diese Terroristen, die wir kennen, die lesen dieses Buch. Dieses Buch hat eine verheerende Überzeugung. Ich habe es letzte Nacht auch gelesen, das ist ein kleines, dünnes Büchlein. Das kann man relativ schnell lesen. Das kann man in Deutsch lesen. Es ist sehr, sehr schön geschrieben. Sehr poetisch, ja. Sehr poetisch geschrieben. Aber auch sehr radikal. Aber unbegefährlich. Und das ist ein Islam, der grauenvoll ist. Und ein Islam, der wirklich eigentlich nichts mit dem Islam zu tun hat. Der missbraucht wird, ja. Der absolut missbraucht wird. Und der dazu führt, dass man Dinge macht, wenn Sie jetzt diese Kopfab-Dschihadisten ankommen vom IS angucken. Das ist vorzivilisatorisch, wenn Sie so wollen. Und das Schreckliche daran ist, dass wir das überhaupt nicht bemerkt haben. Ich, auch ein Journalist in Kairo und in Beirut, habe da zunächst mal gar nichts davon gemerkt. Das entwickelte sich so brutal, langsam, still und heil. Und der Punkt ist, irgendwann war der Punkt erreicht, und da kommt jetzt der sogenannte Arabische Frühling ins Spiel. Und da explodierte die Arabische Welt. Ich meine, die Arabische Welt ist in einem grauenvollen Zustand. Vier Staaten sind failed states. Genau. Die sind in Chaos. Jürgen, Irak, Libyen, Jemen. Da gibt es keine Staatsmacht mehr. Und wir wissen nicht, wohin das führt. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Wenn Sie das mal weiterdenken, Herr Kienzle, also der nächste Staat, und man merkt ja auch die Tendenzen, da wird versucht, den zu destabilisieren mit Anschlägen, mit Dingen, die du nicht mehr greifen kannst. Die Türkei zum Beispiel, NATO-Partner, unser wichtigster Verbündeter plötzlich, wenn es um die Frage geht, wie lösen wir eigentlich diese Flüchtlingsfrage? Ja, das ist eine sehr schöne Frage, weil der Erdogan spielt natürlich eine wahnsinns Rolle. Und ein doppeltes Spiel. Ein absolut doppeltes Spiel. Er hat dazu beigetragen, dass Flüchtlinge gibt, indem er die Grenze geöffnet hat und Leute, Dschihadisten, nach Syrien gelassen hat. Und umgekehrt zulässt, dass die Öl dort raus transportieren, um Geld zu verdienen. Genau, um Geld zu verdienen. Das war ein ganz mieses Geschäft. Und das Irre ist, heute hat er sozusagen Europa als Geisel. Denn er kann bestimmen, wie viel er loslässt aus seinem Land nach Europa. Und das Schreckliche ist, es sieht ja nicht so aus, als ob die Flüchtlingszahl zurückgehen würde. Im Gegenteil. Wenn man den Migrationsforschern glauben darf, dann kommen in diesem Jahr mindestens noch mal ein oder zwei Millionen Leute nach Europa. Und wie wollen wir das stoppen? Das ist die Frage. Was denn, wenn die Türkei, wenn Erdogan gar nicht der starke Mann ist, für den wir ihn teilweise halten? Es war eine wunderbare Reportage in der FAZ. Da hat ein Kollege beschrieben, wie da im Bottrum, da wo die Schlauchboote starten, was da los ist. Die Polizei guckt einfach drüber weg. Es gibt keine Kontrolle. Die können dort Schlauchboote kaufen, so viel sie wollen, und mit diesen Schlauchbooten übersetzen. Aber noch mal, was denn, wenn die Türkei vielleicht gar nicht anders kann? Wenn Erdogan gar nicht dieser starke Mann ist, für den wir ihn halten, will sagen, was denn, wenn die es schaffen, den nächsten Staat so zu destabilisieren, wie sie es schon bei anderen Staaten geschafft haben, nämlich die Türkei, dann hast du plötzlich das Problem direkt vor der europäischen Handstür. Warum macht was dazu, dass der Erdogan lange geglaubt hat, dass die IS keine Gefahr ist? Sondern die eigentliche Gefahr, die PKK ist. Und die PKK waren die einzigen, die damals in Sinjar die Leute gerettet haben. Also es ist eine total irre Welt. Es ist eine wirklich irre Welt, die schwer zu verstehen hat. Weil du nicht mehr weißt, wo die Frontlinien verlaufen. Ich meine, in Syrien sowieso nicht. Ja, deswegen auch Einsatz von Bodentruppen und so weiter. Wer kämpft denn da gegen wen? Das wird schrecklich. Wo gehst du da eigentlich rein? Aber ich würde Sie gerne noch etwas anderes fragen. Es gibt doch, Sie haben eben gesagt, die Türkei ist ein Land, das durchaus dieses doppelte Spiel spielt. Das andere Land, auf der anderen Seite, das dieses doppelte Spiel spielt, ist Saudi-Arabien. Das ist ein schwieriges Thema. Wenn wir Saudi-Arabien nehmen, mit seinem Wahhabismus. Extreme Auslegung des Islam.